Ja, ich melde mich aus einem bestimmten Anlass. Jetzt hat die Regierung sogar Shopping Österreich gemacht, wo man diese Sachen nicht mehr bekommt, was man auf Amazon und Co. bekommt. Und ich glaube, die Regierung macht irgendetwas, um die Menschen hier zu verärgern. Und das ist nicht zulässig und das sollte dringend abgestellt werden, weil den Menschen zu sagen, was sie zu kaufen oder wo sie was zu kaufen haben, das geht der Regierung nichts an. Solange der Mensch noch heller im Kopf ist, kann der Mensch frei verfügen, ob er jetzt auf Amazon bestellt, Ebay, Willhaben und Co. 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 und so weiter und so fort. Da braucht es keine Unterdrückung und keine Einmischung von der Regierung. Das ist eine Frechheit, die mich als Mensch auffordert zu sagen, bitte Neuwahlen starten, weil diese Regierung, auch wenn sie sich jetzt die Mühe machen, diese Regierung ist einfach nicht mehr zu retten, weil da ist schon so viel zerstört worden und ich möchte nicht in der Haut der Regierung jetzt stecken, weil es ist einfach nur Willkür, einen Österreich-Shopping zu machen, wo einem nur vorgegagelt wird, ach, kaufen Sie doch bitte heimische Produkte, ach, kaufen Sie nur noch in Österreich und nicht in anderen Online-Händlern, ist eine Frechheit meiner Meinung nach. Und liebe Regierung, ihr zerstört alles. Ich weiß nicht, ob ihr dessen bewusst seid. Und ich lasse es nicht zu, dass man mir vorschreibt, wo, was und wann ich zu bestellen habe, ich kann entscheiden, ein Schelm, der sich was Böses denkt.